Hallo und herzlich willkommen YouTube hier zurück bei Farmers Live. Nach einer Aufnahmepause hatte ich mir das jetzt nochmal angeschaut. Und zwar... Finster. Hatten wir ja kein Brennholz mehr. Das ist dunkel. Wir hatten ja die... Einmal das. Anmalen. Brauchen Brennholz. Ich würde sagen, solange es so dunkel ist, haben wir ja eigentlich... Warte mal. Gibt es was Neues? Hauptschalter. Lampenmaß. Das wäre auch mal eine Maßnahme. Aber wir können noch keine... Was haben wir denn sonst noch? Warte mal. Anmalen. Liefer die Karotten. Hat jetzt doch funktioniert, weil irgendwie hat es ja nicht... Das angezeigt. Okay. Beeindruckendes Geweih. Ein Hirsch töten. Destillieranlage. Destillieranlage. Die Landminen holen. Die Glühbirne konnten wir ja noch nicht. Und das hat irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Haben wir denn... Wir haben sogar 20 Möhren. Und diese mal abgeben. Vielleicht hat wirklich jemand Tegler mit einem Zauberflug gelegt. Machen wir das denn mal schnell. Jetzt regnet es auch noch. Oh, ist leise. Warte mal. Audio. Besser. Liefer die Karotten. Kannst du Dinge finden? Buhn. Okay, handeln wir. Sonnenblumen hast du mir gerade gegeben. Gut. Kann ich helfen. Mein Mann ist tot. Anna ist noch auf dem Markt. Also geht mir alles auf dem Hof durch den Kopf. Ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr in der Lage sein werde, Hafer zu säen und zu ernten. Das ist schade, denn ich habe Josef aus... Ja, schon versprochen, dass er dieses Jahr welchen bekommt. Wenn er streitet, kann ich mit ihm verhandeln. Aber ich würde die Sache lieber gütlich regeln. Vielleicht kannst du mit diesem Hafer ja helfen. Joa. Sag mal, ähm... Sense und Trechflegel. Hab ich denn sowas schon? Warte mal. Nee. Stopp. Mal gucken, vielleicht habe ich sowas schon. Erstmal sammeln die Eier ein. So. Jemand Kompost. Oder mal hier rein. Nö, das ist noch Stroh. Da hinten zeigt es aber was an. Bödrön. 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 Oder hier dahinter. Ach, guck mal, hier ist noch Holz. Hä, bin ich doof? Ach, in der Kiste. Die Sense und ein Dreckflegel. Ich aber, glaube ich, nicht. Da können wir die Eier hier drüben reinlegen. Wie haben wir da jetzt? Drei. Und wir gehen mal schnell was trinken. Trotzdem ist hier ja noch der Punkt. Kommt das, wenn wir hier direkt im Haus drin sind? Steht man direkt jetzt vor die Kiste? Nicht ganz. Ist das... Da stehe ich nicht ganz hier drüben. Aber vielleicht war das ja die Sense, die wir geholt haben. Und da drüben ist dann... Gegenstände gefunden von Tegla. Ja, da müssen wir jetzt zum Markt. Da haben wir jetzt nicht schon wieder prügeln wollen. Du hast Baumaterialien? Du hast ein Dreckflegel, wenn, dann handeln wir. Averkörner 60. Dann ab, zurück. Dann brauchen wir jetzt mal eine Arke. Die holen wir hier. Und dann können wir gleich nochmal Mist wegmachen. So. Habe ich hier noch mehr Körner, die ich gleich einpflanzen kann? Kaffee, Tee, Heidelbeeren, Kochschinken. Was sieht bei den Bienen aus? Oh, wir haben sich mal ohne die Jungen abgerüttet. Habe ich schon geerntet? Okay. Dann... Nehmen wir jetzt mal... Es ist zu spät für die Aussaat. Ach, da oben haben wir uns November. Ja, klar. Gut. Okay. Haben wir denn... Also mit Aussaat wird jetzt nichts. Aber haben wir denn... Steht auch was da? Hm. Gucken wir mal aus mir jetzt hier rein. Der Winter vorbei ist. Ich kann auch nochmal Wasser holen. Oh, ich kann weiß... Nein, also mit Aussaat. Steht auch noch. Oh, ich kann... Oh. Ich kann25-Manager. Okay. So, ich kann... Okay. Also mit Aussaat. Aber ich kann's... Oh, ich kann... Okay. Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Vielen Dank. Vielen Dank. Wir brauchen Geld. Und Brennholz. Dann würde ich sagen, legen wir mal die Werkzeuge weg. Ich nehme mal eine Axt mit. Dann machen wir uns mal Brennholz. Gut. Hat das jetzt hier... Nur noch 20,50. Na gut, wir gehen mal raus und fällen mir hier draußen mal einen Baum. Hier dürften wir ja noch. Ach, gerade so. Ähm... Ich nehme mal eine Axt mit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020